ich gebe doch nicht mit medaillen an ja leute es geht ab euch immer einen neuen stream einführungsspruch ich glaube es geht was geht ab ist doch voll langweilig jo flexen mit medaillen wer kennt es nicht wer macht es nicht wenn man es kann kann wir machen wieder in den dritten stream 3 3 tag in folge streams sehen wir haben uns gestern die chips medaille geholt die 23 auf lotus inseln im zweiten versuch tatsächlich beim ersten versuch hat irgendwie was nicht gab es irgendwie leck oder so ja hallöchen hat war korp hast du ja korp habe ich dann auch viele weil ich habe mit euch spiele witzigerweise haben wir sogar mehr koop das medaillen hier als singapier das ist auch interessant das ist auch tatsächlich sehr das ist einfach mal an einfach zur einführung schöne eine schöne entspannte runde halbes geld wer kennt nichts leichteres als halbes geld na fuck aber diese eine millimeter alle so ich habe gerade so hingesetzt oder so glaube ich da bringt es natürlich nicht viel hier ist es sinnvoll aber das reicht natürlich noch nicht wir werden dafür mal einen sniper mit hinsetzen ja hallo ich erinnern alle schön dass ihr da seid wir haben uns kurz spontan dazu entschieden einen stream zu machen weil ich gerade zeit habe und ich habe ja auch noch ein tut mir leid ich muss schon wieder essen das ist leider immer so standard ist ein köstliches kaktus eis ihr kennt bestimmt auch auf oben sparen gerne kostet 630 wie viel sachen aus dem neuen shop hast du schon fast alle sehr viele bestimmt so 60 70 prozent als gäbe mir das spiel war es schon gar nicht so voll einfach nichts einfaches als halbes geld was ist was muss man synchronisierung davon was wollt ihr was bedeutet das noch nicht wir werden dafür mal einen sniper mit hinsetzen kaktus ein riesiges stück eis abgebissen und ich friere gerade ich friere gerade so gute die fans da ich den themen der maxim servus juni unit ein nexos tachchen bellung tachchen matthias ok alle sind es damit bekommen haben werden wissen dass ich gerade chimps mit noto und versuche also komme ich später noch mal was du nicht warum du so miss machst aber viel spaß bei der lebenszeitverschöhnung hey david die lorti sagen das halbes geschwärts als chimps fabi bros das willkommen mit mir das vielen dank für deine ihr seid zwei bots ich time out euch mal ich habe den falschen geteilt heute sorry dominik hat mal eine frage wirst du wieder was müssen wir machen da jetzt wieder bt6 machen wird wird er das tun hat das gesagt es tut mir leid dominik schmö und du kannst in fünf minuten wieder schreiben ich habe dich aus der sind geteilt und ich kann es nicht mehr rückgängig machen guck mal noch mal ist dann wohl für mal grundsätzlich habe ich immer interessiert was mit fred zu machen und die frage ist noch hat er wirklich bock drauf etwa für schon ein bt6 video gemacht mit multiplayer mit wem ich wollte mal wieder mehr bt6 logo alter so ein bisschen die herzen nervig habe jetzt alle empfänger zum schwarzen und gz mir gut gut öl schläge und dir was hast du heute vor spielen 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 mal gucken was genau da dafür bedanken für deine leider sind man sich schade ich müsste halt auf den namen gehen da stehen da steht auch nichts drauf ja da ist youtube ist was streaming angeht super super schlecht da hat twitch eindeutig die nase vorn die djc nehmen was war gestern doch die djc glaube hey drachen dachchen vorn angel michael i hate humans dachchen dann spielt zu schnell das geld auf der map acht minuten sechs minuten schwierig da habe es geht es widerlich dann kann ich mich bei beiden seiten angreifen tache liga wie besonders schon versichert haben und es waren soweit ich mich erinnert kann nur zwei da ich in die klasse elefanten jagdverein tötet überströtet wie geht's da ist ein lustiger spruch elefanten jagdverein tötet was trottet was geht ab mir geht's gut ist so bros und hier ist das kommt mir das ist ungefähr das ist lotus insel halbes geld und ja in jedem stil muss lotus insel gespielt weil ich endlich mal durch haben möchte das ist immer peinlich wenn auf der ersten seite ein schwarzer rand noch nicht da ist weiß er schäme ich mich mal für das hätte vom 025 bummeranaffen das ist der mord druck naja bin ich schon fern von und wenn dann den hier finde ich besser ich habe den sonst noch nicht so oft genutzt und ich muss auf den ersten gehen gut wir haben noch fünf runden bis zum moab bis dann sollte man vielleicht ein bisschen die fans bauen wäre vielleicht nicht verkehrt wird es auch gut wenn man den held umbinden könnte ich finde es schon ganz gut ob sie aus der sonne knospe angeklickt oder sind fans gewesen ich kann auch keine tans killen wie bin ich bisher durchgekommen ohne tans zu killen doch der kann alles klar der kann sie sagen wir brauchen noch 1000 gold scheiße wenn die blumen ist bedienen wir uns dann die wir uns ich wusste ich ja noch gar nicht danke muss ja mal nutzen war gut er ist ja mega gut wo ist ja natürlich schon widerlich ich habe keine aber scharf was zu schaffen ich sollte öfters das ist ein problem gewesen bei mir gerade ich habe zu wenig die knospen benutzt aber das sind keramics ich hätte doch schon gibt mir ja es sind wir close sieht irgendwie nicht so fresh aus muss ich gestehen man muss die sensationspfeile machen nice da hinten wenigstens noch ein bisschen damit schubert nice scheißbord bekeilt rexvieh zur seite mit ihr kann man auch machen ninja affe kann grundsätzlich nicht schaden ich räume gerade mit dem dachboden auf mal sehen was man so an schätzen findet ja meine adresse kennst du ne die nehme ich spielst du heute mal wieder chimps schauen wir mal was ich bei halbes geltung machen wenn das wasser gebrüht ist wenn man das funktioniert bei lotus sind so noch nicht weiter nur gut einfach absoluter müll ist hier auf dieser map kannst du knicken das ding so zack 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 zum letzten noch dazu ich würde ja ganz gerne hier wobei er ist bluton im aktor jetzt nicht mehr so sinnvoll das würde ich sagen wir werden auf den mager selbstverständlich gehen zwar auf akarnägel wir werden den ersten haben müssen sie eigentlich in der mitte machen damit er überall angreifen kann ja der mag am anfang ist schwierig er braucht erstmal akarn meister um schöne range zu bekommen es gibt kein church emoji obwohl es ihnen schon so lange gibt also bei mir auf dem kanal ich habe nur eine begrenzte anzeigen die mutige plätzen du schämst dich dass der erste seite nicht voll mit schwarzen rennern ist und ich bin stolz auf zwei schwarzen seine ja bei anfängern ist das hat sowas ist das einfach das müsste man schaffen hey king hallo da ist mein old friend ja da schaut jemand oder der hört jemand das turp war glaube ich hieß die schießen oder autoren sänger war doch immer sound of silence es ist mir eine ehre getan wurde zu werden kein ding hast du mal vorne drei euro kopf und zu machen wir können schauen wenn wir ja keine sechziger runden mehr haben ob wir höchstens 3er runden für 80er 3er 3er kopf für 80er und machen mal gucken bin eigentlich kein fan davon aber wir gucken mal morgens hoch vier leben hoch wie kommen die denn dahin ein leben 100 leben tausend leben millionen leben ist da kein unterschied ich brauche 0,1 leben mehr brauche ich nicht wir spielen wir spielen gerade halbes geld schon halbe welt sagen ich bin ein halbes geld ich habe möglichkeit zum upgraden ich könnte ihn ab und ich könnte ihn aber ich würde ganz gerne auf die ak-nägel erstmal sparen wo ich kann baum da ist der baum ist ja geil restaurant ching chang gestern noch nie heute schon war hast du gewusst dass sie mir bloß sind sie selber formen wie australien das ist interessant gucken wir noch mal übrigens wikipedia ist ganz toll bitte unterstützen wenn hier immer wieder so naja es hat eine gewisse ähnlichkeit aber es ist noch weit entfernt ich hab noch baum alles gut alles super ich hab noch ein baum passt schon passt schon australien ist es jetzt naja wenn man die einen die augen ganz doll zu macht ich glaube der ak-nägel bringen ja doch bei vielen 60er brauche ich das nach kacke braucht tatsächlich den ak-nägel erstmal für die runde 60 verdammt wird knapp aber wir haben bisher auf dem lotus inseln ja diese schönen knallerbsen war noch 1000 gold ich könnte den verkaufen machen wir auch mal da gibt mir das gibt mir das gibt mir das halbes geld ist so ich würde ganz gern dass kein geld drin gewesen schlecht merkt man da du schon 19 verloren hast ja easy ich wollte ein bisschen entspannen machen wenn wir die airpods lesen und man die kabel kopfhörer suchen benutzen muss ja ärgerlich war wenn ich ja stern an deiner stelle aber es geht es dir was er ist mir geht es mir mein tag war sehr gut ich bin heute um 6 uhr aufgestanden also es war mein plan gewesen ich habe mein 6 um 6 um mein becker klingen lassen ein kopf keine lust schlummer taste zehn minuten später aber noch keine lust ist aber noch so schön im bett weitergemacht ist bis 6 uhr 30 und nachdem mir das 36 46 irgendwo so dann mal kurz bis um neun gearbeitet dann ein paar hh 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 ein paar stunden babysitter das 163 verstehe ich habe mich gerade schon gewundert warum ist das auch immer so stark die runde nach komm schon ja warum ist einfach nur fett ist der geil ja das ist leider ärgerlich da war ich von 9 bis 14 durch babysitten auf die beiden geschwister und dann war ich wieder hier ein bisschen gearbeitet dann habe ich gedacht ja ich habe keinen bock mehr zu arbeiten also streame ich das in patrick das sind mitglieder kopern für zwei tage macht mülltonnen gibt es also schon erst wieder im nächsten monat mann nie mann nie mann nie gibt da mal den baum ich habe ein problem ach quatsch quatsch easy das uhr ist bisher noch nicht so geil gewesen wenn man es gleich verkauft für das upgrade cancer horizon zero dawn das kommt mir irgendwie bekannt vor wir gucken ob wir das noch kommen schon ob in nur zwei wunderbare bäume da oben hin platziert lass mich nicht im stich tut das nicht man nicht diesen da steht um 6 so hoffentlich aber erst um 13 es gibt doch leute die halt müssen arbeiten open dark cat ich hab 45 min schlimmer tasse schlimmer tasse das war schultag da ist ja doof für dich ne schlimmer tasse schlimmer geht immer machen wir erstmal das so oben seriously komm schon so nicht dann ernst tatsächlich würde ich wahrscheinlich eher auf den aber beides bringt nicht viel auf den dings gehen ich finde das ende schon sind also ist schon sinnvoller hier auf dem ton im rag dazu gehen macht ein bisschen schaden das jetzt nicht allzu allzu dolle aber die masse an blut kann man später kennen das ist schon super was da wirklich welche hinten danke sehr hinkommen sollten die karte ist nur so entfernt aus sehr entfernt ähnlich aus und halte diese person für die stadt von australien gewählt die hauptstadt von australien ist zum beispiel nicht mehr dabei weil sie nicht passt wieder was du denkst dass ich australien zu australien das muss schon sein so kennst du handexander ja aber bin ich kein fan von euch paar folgen geschaut hat mein interesse nicht geweckt welcher bis 153 kennst kannst du eine liste machen wo leute sehen die du aus versehen geteilt hast ne wie froh dass das ungefähr gespielt insgesamt meinst du das sind aber viele ich habe ihn verloren schön hat er der schrappen der schuss die wieder kaputt gemacht und immer wieder haben die sich regeneriert auch sehr nice weil sie nicht so geil musste ich leider einen super sturm nutzen wusstest du das bt5 es für die switch gibt ja wusste ich ich habe auch wieder zu versuchen mit ihr zu spielen ich bin einfach zu langsam ja nicht immer wieder sagen ich habe es gestern schon gehört stärken stimulanten dann sollten wir es eigentlich geschafft haben wir wollen das heute geplant schauen wir das ist eine frage die braucht ihr könnt ihr braucht die überhaupt gar nicht stellen weil hier kann ich nicht beantworten ist so wie ich die frage wie viel heute wie viel man muss heute noch atmen soviel wie notwendig ist soviel wie du bock hast was sagt die donnerstag habe ich gemacht da kamen pikachu und reichu das ist ja auch mal mein problem mit der generation ja da muss man einfach den nicht nehmen aber ich finde es einfach finde ich einfach cool könnte man einfach hier statt dem sniper auf einfach auf 302 machen auf 402 würde auch super helfen und die keramik sind immer ein großes problem habe ich inzwischen schon gefixt ich weiß nicht was sollte den gefixt haben das probleme wir haben 5200 gold und wir doch noch mal auf dass wir gehen ich habe nur ein strom genutzt und das war nur weil der sniper die alle generiert hat ist ja nervig